Drei Minuten Pause, das reicht doch. Drei Minuten Pause, das ist doch vollkommen ausreichend. So, äh, wir haben... Alter, haben wir viele Missionen. Wir nehmen die mal alle an, komm. Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Okay. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Ich helfe gern nach Kräften mit. Wenn du das sagst. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben mussten, die die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meierlurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt... Können wir mal probieren? ...wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg. Gut. Unser Wasser geht schon bald zur Neige. Gut. Sichere Überfahrt. Suche nach Howard Dunbar. Okay. Das sind ja einige Missionen, die wir noch zu tun haben. Die Fahrzeuge, die du gefunden hast, sind echt gut. Ich habe da so eine Idee. Vor langer Zeit ist ein Frachter gesunken. Im Süden, mit einem Schweißgerät und Muskelkraft. Könnte man den Rumpf verstärken? Ihn stabiler machen? Am besten bald. Die sunken. Also, schnellstmöglich. Die Fallensteller in der Aseria sind schon erledigt. Was? Ja. Aber klar doch. Warum auch nicht? Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Und sobald wir einen Teil von diesem Schiff haben, wird der Rumpf einen tollen Anblick bitten. Schon erledigt. Ging doch. Ich glaube, die meisten Missionen können wir hier instant abschließen. Oder viele. Viele. Hier drin ist was und da hier draußen. Wir auf dich. Ich habe alles gesehen. Die Königin. Scheiße. Mister, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. 14,5? 14,5? Ich kann vielleicht helfen, aber ich will dein Geld nicht. Es stimmt, was sie über dich sagen. Aber wenn du mir hilfst, zahle ich auch. Haberbewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Segemühle am Ecolake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Haberbewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Weißt du, du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Kann sein. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Kein Thema. Nebel zurücklegen. Sichere die Segemühle am Ecolake. Haben wir die nicht schon? Die haben wir doch schon. Und da müssen wir auch noch rein in the last plank. Und noch die nächste Mission annehmen. Ich glaube, haben wir die Segemühle nicht schon gesichert? Die kennen wir doch schon. Die kennen wir schon. Mitch. Aus dem Weg, alle miteinander. Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht er echt harter Hund aus. Wir haben dich dann wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut. Die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Liebe und Mörder sind Schlimmste. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Haar. Aber nicht du. Mitch. Ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen. Aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Wenn meine Familien Schwierigkeiten wären, würde ich alles tun, um ihr zu helfen. Hast du das gehört, Mitch? Selbst jemand wie er würde um Hilfe bitten. Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein Paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln, oh Gott weiß was. Hör zu. Kein Problem. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen? Ich bezahle dich natürlich. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er lebt seinem Fall. Kennen wir noch nicht. Der hartnäckige Suche Onkel Ken. Haben wir ja etliche Missionen wiederbekommen. Kein Problem, Wartze. Kein Problem. Ich glaube, Vanessa hat sich... Haben sich die Euglein wieder verabschiedet bei Vanessa. Ähm... Wir haben etliche Missionen gekriegt, Alter. Die kochen den doch, oder? Etliche Missionen bekommen. Eine ist hier. Was ist denn das? Hilft der Seefahrerin schon wieder? Okay, dann schauen wir nochmal... Schauen wir nochmal zur Seefahrerin. Festlandbewohner. Festlandbewohner. Ich habe noch eine letzte Idee. Verrückter als eine Kiste Radkakerlaten. Aber das habe ich ja bisher auch nicht abgehalten. Der Rumpf ist jetzt schon sehr stabil. Aber wenn eine Meierlöck-Königin frontal angreifen würde... Irgendwann stark genug? Schwierig, eine Meierlöck-Königin aufzuhalten. Ich würde gerne helfen, wenn ich kann. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Dicke Wände lösen dieses Masse-Geschwindigkeit-Energie-Problem. Noch gefährlicher ist aber die Säure. Das einzige, was die Säure einer Königin übersteht, sind andere Meierlöcks. Die Panzer der Meierlöcks auf unserer Insel sind besonders stark. Also sammle ein paar Panzer und bring sie hierher zurück. Dann verstärke ich die Siedlung so gut es geht. Aber kann froh sein, dass du das hier alles machst. Ja und nein. Das ist mein Dock, auf dem sich die Leute hier rumtreiben. Also habe ich ein persönliches Interesse. Viel Glück. Nahrung, Stimpaks, alles auf Lagerung. Mach, mach, gib ihm Feuer. Gib ihm Feuer. Alter, jetzt werden wir hier wieder... Hier haben wir Suche nach Howard Dunbar. Hier haben wir Onkel Ken. Das kennen wir schon, das Besucherzentrum. Hier oben sind Farm der Daltons. Das sind auch schon wieder zwei Leute. Hier ist Sägemülle am Echo Lake. Und hier ist Hattock Cove. Wo wir die Meierlöck-Panzer holen sollen. Okay. Wir, boah, wir haben viel zu tun noch. Wir haben echt noch viel zu tun. Ich würde sagen, wenn wir jetzt eh hier sind, gehen wir gleich einmal gerade. Es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger, aber wir kommen gut voran. Ich laufe da einmal gerade durch hier. Werden wir gleich haben. Alles weg. Meierlöck-Fleisch, Meierlöck-Fleisch. Howard hat es wohl nicht geschafft. Ich muss die Nebelkondensatoren selbst reparieren. Okay, Nebelkondensatoren reparieren. Äh. Ich muss mal kurz die anderen Missionen, glaube ich, ausblenden, oder? Ich fliege einfach mal im Haus. Auf dem Hausdach drauf, dann sehe ich das. Besser, wo die stehen. Ich muss mal die anderen Missionen ausblenden. Bis den hier. So. Okay, da ist einer. Da ist der nächste, oder? Ja, da ist der nächste. Da ist auch schon wieder. Der nächste gleich, oder? Ja, da von einem Wasseraufbereiter von hier oben. Geschafft. Schau mal, wer da ist. Haha, One-Hit. Zwei von drei Meierlöck-Panzern. Wohin wird sich schon nochmal ein Meierlöck... Treibt sich hier vielleicht noch ein Meierlöck rum? Kennt man die Mission auch gleich fertig. Kein Meierlöck mehr? Kein Meierlöck mehr? Schade. So. Hilft der Seefahrerin? Optional. Haben wir ja schon einmal gemacht. Das zweite Mal haben wir auch... Ähm... Kein Meierlöck-Panzern zu Captain Avery zurück. Das haben wir jetzt schon. Hier, Captain Avery. Was denn? Ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen. Warum... Du liegst doch erst ein Minütchen drin. Minütchen. Zehn Minuten. Ich bin ja überhaupt nicht müde. Du bist überhaupt nicht müde, ja. Das kennst du. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Ich bin nie müde. Ich gehe nur ins Bett, weil mir langweilig ist. Weil ich da nicht. Und weil du mich zwingst, ja. So, dann machen wir das hier noch. Warte, mach dem so Feuer, dass der dich nie mehr anruft. Nie mehr traut, nur anzurufen. So. Hier soll der Nächste sein. Für seine Fallen ist der bekannt. Oh ja, das... Der wird ein Fallensteller sein, ja. Der wird hier drin irgendwo wohnen, ja. Der wohnt auch hier drin. Verschwinde! Siehst du? Siehst du die Leichen da? Die sind von mir! Verzieh dich! Wenn du nicht die lange Reise antreten willst! Hm, du hast ja alle getötet. Neffe macht sich Sorgen. Dein Neffe macht sich Sorgen um dich. Er hat mich geschickt. Milch? Mein Milch schickt dich? Ja. Er war schon immer schlau. Hat mir die Nebelkondensatoren geschickt. Damit wir hier atmen konnten. Schön, dass sein Onkel ihm noch was bedeutet. Aber so... Was? Was hast du getan? Sie kommen! Sie kommen! Ich kann nichts für. Was? Was kommt? Wer weiß, was es dieses Mal ist? Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell! Schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Sie kommen! Bald! Was? Verteidige das Besucherzentrum. Den Nebel zurückdrängen? Äh. Was kommt? Was kommt? Kann ich irgendwelche Fallen hinstellen? Nö. Sprungfalle? Hm. Die Türmchen. Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was war denn das jetzt? Habe ich die Atommine noch ausgewählt gehabt? Nein, kann nicht sein. Ich glaube, ich hatte die Atommine noch ausgewählt. Nein, die ist hier. Oh, das laden wir nochmal. Der ist gestorben gerade. Scheiße. Fuck. Fuck. Aber hä? Hä? Also, wir nehmen die kleinen Türmchen und stellen davon drei auf. Legen selbst schnell noch ein paar Mienen rum. Zack, 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 zack. Dann klappt das schon. Aber hä? Warum? Was habe ich da gerade gelegt auszusehen? Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Watze. Dann musst du selbst... Ich kann ja schlecht den Typen anrufen für dich. Ich habe noch eine letzte Idee. Das musst du selbst machen. Selbst wenn der anruft, geh ran, gib ihm Feuer. Der Rumpf ist jetzt schon sehr stabil. Aber wenn eine Meierloch-Königin die Kranthal angreifen würde... Ich würde gern helfen, wenn ich kann. Ich wusste... Dicke, wenn... Also, sammeln ein... Aha. Dann verstärke ich. Aber kann froh sein. Ja. Jetzt haben wir nur noch... Jetzt haben wir wieder die Standard-Missionen. Habe ich schon. Dann sagt, wenn sie noch einmal anruft, gehst du zur Polizei und zeigst dann an. Kannst du ja auch. Ist ja auch dein Recht, ihn anzuzeigen, wenn er dich... Belästigt ständig. Sag mal, was hatte ich vorhin... Hatte ich da ausgewählt, dass es auf einmal so explodiert ist? Splittergranate. Eigentlich gar nichts machen dürfen. Gar nichts passieren dürfen. Da kommt jemand. Dann haben wir es mal ganz einfach gemacht. Howard hat es wohl nicht geschafft. Ich muss die Nebelkondensatoren selbst reparieren. Der hat gar nichts. Jetzt liegt Tower da oben. Können wir ja den Weg nochmal laufen. Vielleicht kriegen wir sogar... Wir haben jetzt einen Meierloch gehabt. Vielleicht haben wir Glück und kriegen sogar noch unsere drei Panzer gleich mit zusammen. Da ist der nächste Nebelkondensator. Zack. Das machen wir nochmal schnell. Ist ja gleich gemacht gewesen. Dann müssen wir mal schnell speichern da oben. Ich will nicht, dass es viel schlägt. Will ich echt nicht. Und zack. Meierloch-Panzer. Einen. Oh, okay. Nur einen. Das ist nicht schlimm. Zwei. Okay. Zwei Meierloch-Panzer haben wir. Jetzt würde ich sagen, gehen wir schnell wieder da hoch. Zum Besucherzentrum. Ich finde, die Schlinger schauen cool aus. Ich finde, die Schlinger schauen echt cool aus. Die Schlinger. So. Schnell speichern. Gehen wir mal rein. Sind ja eh keine Fallen gerade eigentlich aktiv. Das Licht lassen wir mal aus. Hey, du. Verschwinde! Mhm. Okay. Nein. Mhm. So, hab ich es ihnen gesagt. Dein Neffe macht sich Sorgen um dich. Er hat mich geschickt. Mich. Mein Mich schickt dich. Er war schon immer schlau. Ich schwöre. Was? Sie kommen? Okay. Zusammenarbeiten. Lass uns zusammenarbeiten. Okay. Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell. Schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Ich hoffe es. Das hätte ich ganz einfach mal gemacht. Und zwar. Ich wäre auf Schutz gegangen. Schutz. Geschütztürme. Hätte da jetzt hier einher platziert. Hier einher platziert. Und hier einher platziert. Jetzt wäre ich ganz schnell raus. Und hätte Minen platziert. Minen, 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 Minen. Impulsminen. Haben wir drei Stück. Zack. 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 Nick, geh bitte von der Mine weg. So, jetzt haben wir hier Minen. Und ich wäre jetzt auf Plasma-Granaten gegangen. Muss es einfach wiederkommen. Was? Müssen wir schauen, dass der überlebt. Was? Wieso schon wieder fehlgeschlagen? Wieso schon wieder fehlgeschlagen? Alter, fick dich. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass es schon wieder fehlgeschlagen ist. Okay, nochmal. Kann ich dem nicht sagen, er soll sich verstecken. Ich bring das mehr. Soll ich das Haus... Verschwinde! Siehst du? Siehst du die Leid? Verziehen? Oh. Dein Neffe macht sich so. Nicht. Er war schön. Was? Sie kommen? Wie sieht der Plan aus, Unke-Gan? Meine Fall. Schnell. Ah, scheiße. Der wird sich genauso wieder hier irgendwo hinstellen. Na, stirbt er wieder. Das kann doch nicht sein. Wir machen das anders da. Ich mach das ganz einfach. Ich werde jetzt hier... Zack. 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 Hier drei Stück. Ich stehe da unten. Dann wird es schon klappen. Und ich selbst gehe auf... Impuls... Ne, äh... Plasma-Granaten. Plasma-Granaten. Und schau... Wird schon... Wird schon hinschauen. Alter, geh bloß weg, Mann. Sollst nicht ständig sterben. Schnellspeicher nochmal. Hab... Äh... Abend neu in Verhaber. Servus. Abend neu in Verhaber. Das ist kein Zuhause. So. Jetzt halt mal schnell eine Granate drüber. Und er ist wieder tot. Alter. Stirb doch nicht immer. Lauf doch nicht immer in den Gegner rein. Oder da, wo ich eine Granate hinwerfe, du Idiot. Kein Wunder, dass du ständig stirbst. Ah. Ob du es gerade eines angefangen hast. Äh, nein. Äh, wir haben schon drei Abende dran gespielt. So. Zack. Eine Impulsgranate da drüber. Nochmal eine. Damit die gleich gar nicht in die Nähe kommen. Was war das? Nicht sonderlich so viel. So. Zack. 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 Granate runter. So. Du kommst... Nein. Vergiss es. Du läufst da nicht rein. Vergiss es. Du bist weg. Und bei Impulsgranate gleich wieder runter. Hier oben. Die helfen ganz gut. Zack. Granate rauf. Wo ist hier noch einer? Hier oben ist noch ein Fallensteller. Da ist noch ein Fallensteller. Zack. 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 Hab Hune hinzugefügt. Splittergranate. Komm. Drüber. Ich seh keinen. Geh mal raus. Kampf. Ich seh. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Na komm. Na komm. Zack. Sterb doch endlich. Da ist noch einer. Da ist einer. Den holen wir jetzt noch schnell wieder runter. Ist Doppelschusswaffe. Die gibt es im Vault 85, glaube ich. Da ist noch einer. Den werden wir schon treffen hier. Ja komm. Keine Gegner mehr. Alter. Wir haben es geschafft. Sprich mit Onkel Ken. Muss er denn? Und du bist mal nicht gestorben. Das ist ja mal was ganz was Neues. Das ist ja echt mal was ganz was Neues. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Brav von Mitch dich zu schicken. Aber du solltest nun trotzdem gehen. Adieu. Adieu. Bevor du noch mehr von denen anlockst. Äh. Ihn überzeugen mitzukommen. Äh. Ja. Hätte ich gesagt. Mitch will, dass ich dich sicher nach Hause bringe. Bitte geh nach Fahabar. Das hier ist mein Zuhause. Und du möchtest, dass ich in Fahabar wie ein Bettler lebe? Ich. Ich kann nicht einfach von hier weg. Ich bring dich zurück. Hör zu alter Mann. Ich bitte dich nicht. Ich nehm dich einfach mit. Ha. Siehst du die Leichen? Ich habe Schlimmeres überlebt als dich. Und jetzt hau ab. Ah, komm. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Scheiße. Ja, du warst eine große Hübe. Jetzt lass mich hin holen. Der will nicht. Der will nicht. Okay, er will nicht. Er will wirklich nicht. Können wir nichts machen. Machen wir die nächste Mission hier. Am Echo Lake. Jo, Feldwilbel Schulz ist ja wieder da. Ey, Schulz. Ich habe schon ein bisschen Schokolade hier. Da. Ein bisschen Schokolade ist sogar mit Wiesen drin und so. Was ist da draußen passiert? Was macht die große Rakete in unserem Lager? Hier ist ja auf jeden Fall irgendwas, was ich gerade anvisieren konnte. So hier, was soll man denn hier überhaupt machen? Hä? Sägemühle am Echo Lake. Kehre zum Mitch. Sichere die Sägemühle am Echo Lake. Hier gibt es eine Menge Strahlung. Wir sollten von hier verschwinden. Bist du die Sägemühle am Echo Lake? Ich glaube, die habe ich schon gesichert. Da waren wir schon. Kriege ich ein Stück Schokolade? Ja, und wenn du mir sagst, was da draußen die große Rakete auf einmal bei uns im Lager zu tun hat. Äh, du kannst nicht, solange der Nebel da ist. Wie bringe ich denn den Nebel weg? Nebelkondensatoren, aber wie mache ich denn den weg? Gibt es hier Nebelkondensatoren, die ich anschalten kann? Die Richtung ist doch was. Ach, das ist es da unten. Solange der Nebel da ist. Ist der Nebel doch recht einigermaßen weg. Du kannst die Werkstatt nicht benutzen, solange der Nebel da ist. Die hat doch irgendwas mit Stromleitungen hat die doch geschwafelt. Nebel ist auf jeden Fall da, aber ich sehe auch keine Nebelkondensatoren oder sowas. Ich laufe einfach mal in die Richtung, den Stromdinger nach. Du hast sie dir verdient. Da. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Die hat irgendwas mit Stromleitungen gesagt. Hm, hier geht es nicht weiter. Okay. Laufen wir mal die Stromleitungen entlang. Die hat irgendwas mit Stromleitungen, hat die gesagt. Laufen wir mal hier weiter. Weiter, 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 weiter. Okay, hier geht es nicht mehr weiter. Dann laufen wir mal die Stromleitungen in die andere Richtung. Wir hatten ja schon mal was mit Stromleitungen. Hatten wir ja schon. Die Gule haben wir ja schon zerstört. Äh, gekillt. Die waren ja schon weg. Die hat was mit Stromleitungen gesagt. Aber was mit Stromleitungen? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Das ist erst fünf Minuten her. Scheiße. Ähm. Ah, guck mal. Hier gehen die Stromleitungen hier runter. Hier her. Hier her. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Hat das was zu bedeuten? Ist die Frage. Hat das was zu bedeuten, dass hier die Stromleitungen sind? Glaube ich fast nicht, ja. Äh, ja. Was denn, was soll denn das? Was soll, was, 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 welche Antwort wünschst du dir mit dieser Frage? Da geht auch die Stromleitung her, aber da waren wir ja schon, da gab es ja gar nichts. Ich suche jetzt irgendwo, wo ich Strom drauf machen kann, dass da hinten, äh, ich weiß es nicht, irgendwas mit Stromleitungen hat sie auf jeden Fall gesagt. Hier hören die Stromleitungen auf und die gehen hier her. Irgendwas Großleitungen hat sie auf jeden Fall. Irgendwas Großes explodiert hier. was ich gefragt habe, was ich gefragt habe. Irgendwas mit Stromleitungen gesagt. Hier geht die Stromleitung her, aber hier ist nichts. Ja, ja, sicher, sicher die, 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 die Sägemühle am Echo Lake. Gehen wir nochmal hin zum Echo Lake. Solange der Nebel da ist. Ich geh doch... Moi, wie lecker. Ja. Was ist an der Sägemühle? Die hat irgendwas mit Stromleitungen gesagt. Solange der Nebel da ist. Ja, wie kriege ich denn den Nebel weg? Die andere Frage. Der sie Sägemühle hier, das ist klar. Hier in der Gegend werden wir eine Menge Strahlung schlucken. Äh... Räube ich mal auf. Das wär's. Muss dir nicht leid tun, äh, alt, dass du gefragt hast. Keine Sorge. Okay. Seit wann ist eine Registrierkasse abgeschlossen? Ist ja mal was Neues in dem Spiel, dass eine Registrierkasse abgeschlossen ist. Hm. Mh... Bei deinem Teil, du stehst mal wieder super im Weg. Ich guck mich jetzt hier mal um. Da muss ja vielleicht irgendwo was sein, wo ich ein... Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Ja. Ich bin grad einer davon. Eine Wim-Maschine. Weil ich grad nicht weiter weiß. Ich grad wirklich nicht weiter weiß. Ich grad wirklich nicht weiter weiß. Würde, würde ich das gar nicht machen, glaub ich. Äh... Schaukasten entsperren. Der ist doch schon so im Arsch. Da kannst du doch durchlangen. Da kannst du doch durchlangen, Mensch. Ja. Hm. Wie krieg ich den Nebel weg? Sie... Die Frage, die mich sehr... ...bedrückt gerade. Wie bekomme ich den Nebel hier weg? Die Werkbank kann ich ja nicht verwenden. Das ist aber auch kein Nebelkondensator, den ich irgendwie nur einschalten muss oder sowas. Das ist cool. Ahhhh... Ach, da ist denn noch ein paar Coole. Ach, die nennen im Grunde mit Nebel einfach alles, oder was? Ernsthaft? Die Baguli hier... ...und da steht an der Werkbank, der Nebel ist da. Deswegen kann ich da nichts machen. Ach... 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 War das gerade ein Fehler? Ach... 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 Ich hab schon wieder was getötet, was ich nicht töten darf. Es kommt einfach so auf dich zu geraten, dann knallst es halt ab. Man darf nicht typisch Standard-Fallout denken Okay, wir wissen es ja jetzt Da ist noch was, wo wir nicht waren Achte, hier drüben, ja Schnelldurchlauf Wissen sie ja jetzt Ghoule töten Schnelldurchlauf, sammeln wir mal den ganzen Short nicht mit ein So, da war er weg So Der da kam jetzt auf einmal so auf uns angerannt Schau mal her Aber der schießt nicht auf uns, obwohl er eine Impro hat Du hast sie erledigt Du hast die Trotter erledigt Alle tot Der Leben ist ruhig Das Land gehört wieder mir Als Dank Kannst du gehen Bevor ich wieder jagen und töten muss Land abgeben Ich soll das Sägewerk für Verhaber in Besitz nehmen Das ist mein Land Die Fremden sollen wegbleiben Oder Das glaube ich war vielleicht gut Schick sie mir Schick sie mir alle Und dann jag ich sie Nehmen wir ihre Ausrüstung Zerteil das Fleisch Den Rest Kriegt der Nebel Wie sieht's aus Ich hab Kronkorken Es soll dein Schaden nicht sein Beim Mord mach ich nicht mit Dann Bringst du mir nichts Sorry Forget it Vergiss es Also war es nicht mal so schlecht Dass wir den eigentlich getötet haben Okay Jetzt haben wir natürlich hier den Loot Den machen wir mal schnell durchlauf Hier von vorne Zack Hier Machen wir schon das Ding auf Hier Zack Weil ich die Munition schon gerne hätte Zack Machen wir noch einen Schnelldurchlauf Zack 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 Alles So von vorne hier So Ah komm Hier Gut da hinten war viel drin Und unten will ich auch nochmal runter Weil da auf dem Kupfer und Glühbirne drin waren Da war es offen Wie schön Äh Ziemlich viel Glas Wär blöd wenn ich's nicht machen würde Und zack Baseball Ne Baseball haben wir schon Und nochmal da runter Unten da war auch Glaskupfer und alles Aber ja vorne noch nicht Hier Die Birnen Dünger Und Dünger Passt so Und wir müssen hier nochmal her und Müllox töten Ein paar Einen brauchen wir noch Dann haben wir den Rest fertig Einen brauchen wir noch Ey da Es macht richtig wieder Spaß Mal richtig Missionen und alles zu machen Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht Missionen Und hier läuft das Wasser runter Es wird gerade richtig warm hier Das Problem ist wir haben halt einfach hier sämtliche Murlocks schon getötet Waren ja hier natürlich schon mehr als so aktiv Ich nutze mal das Wetz ein bisschen mit Um hier Ein Schlinger Das war das Ein Schlinger war das Der aber gleich Geschichte sein wird Was ist denn gleich zwei Schlinger Das war gleich zwei Schlinger Drei Schlinger Das war wohl der letzte Scheiße Da fällt er Aber es ist alles nicht so das was ich suche Ich suche Murlocks Nichts anderes außer Murlocks Eigentlich Können wir noch irgendwo hier Ein Murlock auftauchen Komm her Nicht ins Wasser Zack Einen wollte ich Einen wollte ich doch nur Ich glaube ich habe mich gerade in die Falle gerettet Zack Das war es schon Ich finde es krass Dass die Schlinger so im Baum Äh Sitzen Und du einfach nicht auf den Auf die Baumwipfel achtest Achtest einfach nicht drauf Achtest einfach wirklich kein bisschen Auf die Baumwipfel Ich finde die Schlinger geil Ich finde die Schlinger als neue Gegner Echt cool Nebelkriecher Brauchen wir ein wenig höheren Bums Du spielst hier mit dem falschen Zünd Ich schwitze ja nicht mal Also nicht dass das eine Option wäre Mr. Harken Wieso Mr. Harken habe ich gerade freigeschalten Und Kronkorken habe ich auch gerade bekommen Verheiber Sämtliche Missionen Abgeschlossen gleich Die wir gerade gekriegt haben Ich habe schon gedacht Ach du Scheiße Das werden viele Werden einige werden Und Watze Du bist kein Ich glaube ich habe Ich weiß schon wie ich deine Frage interpretieren darf Du beziehst es auf dich selbst Du beziehst es auf dich selbst Aber ist das gar nicht so Warum tust du doch gar nicht mit dem Putzenbrenner am Holz Deine Meierlurg-Panzer Endlich Alles was an das Dock geschweißt Geklebt oder gehämmert werden kann Ist da Ich kann mich endlich mal entspannen Ach Hier Das hast du dir mehr als verdient Dann genieß deine Pause Seefahrerin Mal sehen wie lange es dauert Bis jemand einen Splitter im See hat Und sich nicht rumkümmern muss Mach's gut Festlandbewohner Nice Aber hast du gerade Holz geschweißt Ich sag nichts Jeden Tag verlässt ein weiterer Haberbewohner die Insel Die Nebelkondensatoren funktionieren wieder Gut Unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige Keine Ahnung wie lange wir durchgehalten hätten Hast du Howard gefunden? Er starb als er die Kondensatoren reparieren wollte Der Mann ist ein Held Ja Das ist er Ich sorge dafür Dass er so in Erinnerung bleibt Wie gesagt Bezahlung gibt's auch 200 Kronkorken sollten reichen Danke Schön dass ich helfen konnte Dann sind wir schon zwei Hier Deine Bezahlung Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen Also verabschiede ich mich Kein Thema Sichere Überfahrt Und da hinten der kleine Bird Oh wir sind zu schwer Valentine So warte mal Da ist ein Händler Geh zu Alan Ich hab keine Zeit für dich Ja natürlich Alles klar Und zwar will ich mal den Adalas loswerden Den Erdner will ich loswerden Ähm Ein paar Impulsminen will ich loswerden Das Nudelholz will ich loswerden Die Plasmamine will ich loswerden Die Atommine will ich loswerden Und von dir hätte ich gern wenn's geht 45er Patronen 10 Millimeter Patronen Fusionskerne hat er auch schon wieder Fusionszellen nehm ich auch mal Fusionskerne nehm ich auch Äh Kaliure 50 nicht Plasma Kartuschen nehm ich Splittergranaten Nein ich hab genug Granaten an sich Aber jetzt kann ich mal richtig krass An dich schön verkaufen Kettenklinge kann weg Kampfflinde kann weg Splitterminen kann weg Die Splittergranate hebe ich mir mal auf Die ist nicht so So zack Dreispitz des Captains kann weg Küstenrüstung kann weg Kann alles weg Astercram Das Fest des Captains Weg Fancy Lady Groom Das kann weg Murlocfleisch kann weg Nebelgriecher kann weg Red kann weg Gemüse Das kann weg Kann eigentlich erstmal alles so weit weg Murlocfleisch Königinnending kann weg Lucaquantum Psychochat Redex kann weg Redaway hebe ich mir mal auf Wie gesagt kann alles mal weg Bis auf 4 Stimpacks Will ich mal noch aufheben Und du hast immer noch plus irgendwas Okay 308er Brauche ich Aber 38er brauche ich nicht 44er brauche ich nicht Okay Ich kann Ich glaube die 45er von dir können auch weg Die brauche ich nämlich auch nicht Elektromagnetische Kartuschen können weg 5mm kann weg 5,6mm kann weg Fusionszellen Harpunen kann weg Das kann weg Kaliber 50 kann ich aufheben Plasmakartusche muss ich aufheben Raketenschrot kann weg Ähm Oh 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 Jetzt muss ich doch wieder Ein bisschen 45er kaufen Äh Kaliber 45 Hier 45er Patrone Aber nicht so viel Nicht so viel Ich kaufe mal für 300 So circa ein So zack Dann passt die Sache nämlich wieder Dann sind wir auch wieder leicht Gehen wir mal schnell zu Börter Da haben wir kein Ladescreen Das ist nicht auch fertig gemacht Börter Geht's ein bisschen leise Gibt ja auch Leute die angeln wollen Wir verlassen uns auf dich Wir können nirgendwo sonst hin Im Touristenladen verkauft Ich hab das Eke-Werk für euch gesäumert Wir müssen zum Käpt'n Hier Die Bezahlung Mir egal ob du sie willst Die Leute verlassen weiter die Insel Musst du deine Sorgen erzeugen Aber wenn es das Leid für sie gibt Werden sie zurückkommen Meine Freunde haben schon alle informiert Dass die Insel lebt Und sie möchte uns töten Bisher hatte ich noch nie einen anständigen Fisch Abgeschlossen Warum abgeschlossen Sprich mit der kleinen Börter Einmal hatte ich Eine Mini-Atombombe am Haken Das war ein Turnattack Level up Okay Bertha Entschuldigung Ma'am Wir haben keine Zeit für dich Kleine Der Festlandbewohner Hat die Segemühle Am Echo Lake gesäubert Ja Was immer du zu sagen hast Werther kennt diese Insel besser als du Avery Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren Material und eine Chance geben Eine Verteidigung zu errichten Dann überleben wir Dann wird es uns sogar gut gehen Ich kann auch mithelfen Wirklich? Ja Dann steigen ihre Chancen sogar Alles bestens bei dir Entspannt Ich halte dich nicht auf Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist Ist es riskant die Insel wieder zu besiedeln Komm Bertha Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen Und nimm das hier Du überraschst mich immer wieder Echo Lake Nehme zurückdrängen Die Kinder des Atoms Wollen uns alle töten Ja die Kinder des Atoms Muss ich ehrlich sagen Die sind so nervig Kehre zum Mitch zurück Abgeschlossen Hilft der kleine Bertha Die Kinder des Atoms sind so nervig Ich glaube nicht Also ich Alter ich Ah Man kann sich ja hier Mir gibt ja auch hier drei Endings Aber die Kinder des Atoms Die sind so nervig Die würde ich gerne Wenn es geht Als erstes ausschalten So ich Ich werde mal kurz schnell speichern Ich habe nicht Angst Dass ich mich jetzt Demnächst nicht Gleich für eine Seite entscheide Hey Doc Dunkle Zeiten Noch einen Patienten verloren Andre Nicht einfach Sag mir bitte wenigstens Dass es dir gut geht Nein Keine Glückspilz Ach mit Mitch muss ich noch sprechen Alles auf Lager Mit Mitch Mit Mitch Der war ja hier drin Haben wir die nächste Mission Und Arcadia müssen wir auch noch machen Das heißt Wir werden uns morgen mal in Richtung Arcadia drum bemühen Heute haben wir ja eigentlich nur denen hier geholfen Optional hilft der Seefahrerin schon wieder Ich denke dass du Mitch geholfen hast Ich habe auch ihr Ken gefunden Er lebt noch Aber er kommt nicht zurück Das Das ist ein Grund zum Feiern Wir haben uns Sorgen um ihn gemacht Es geht ihm wirklich gut Meinst du Er ist dort sicher Er ist viel zäher als er aussieht Ja Vielleicht sollte ich nachfragen Stirbt noch sechsmal Hat jemand Angst Warum Kein Thema Rezept Rauch und Feuer abgeschlossen Der Hartnäckige Der Hartnäckige der fünfmal gestorben ist Warum müssen wir denn schon wieder Das Seefahrerin helfen Die haben wir doch gerade geholfen Warum denn immer Erstmal schnell speichern Ja Ja wie gesagt Ich will alle drei Endings durchspielen Hier auf der Hier gibt es ja auch wieder drei Endings Einmal für die Atomkinder Kinder des Atoms gibt es das Ending Hier Kinder des Atoms gibt es das Ending Für Arcadia gibt es das Ending Für die Sins Und hier für Farhaver Für die Menschen gibt es das Ending So wie ich es mitbekommen habe Und wie gesagt Ich will diese Endings auch alle drei haben Und wenn ich mich natürlich für eine Seite entscheide Dann ist es scheiße Äh Die verrückten Ideen sind auf die besten Das stimmt Ja Also ich persönlich glaube dir Danke Jetzt da meine Aufgabe hier erledigt ist Und ich jemanden wie dich kennengelernt habe Ich will diesem elenden Schrecken ein Ende bereiten Er hat über die Jahre Dutzende Boote ins Verderben gerissen Ich will den roten Tod jagen Bist du dabei? Der roten Tod Ich bin dabei Ich bin dabei Bring sämtliche tödlichen Waffen mit Die du besitzt Hab ich Hab ich Wir treffen uns an den Dorps Du nimmst dein Boot Ich nehm meins Das wird unser Können Extrem auf die Probe stellen Ich bin aber kein Seefahrer Aber ich hab sämtliche tote Waffen Äh Geh zu deinem Boot Sämtliche Waffen die tödlich sind Hab ich immer dabei Sogar ziemlich starke tödliche Waffen Ähm Irgendwas ist da noch Ach das ist hier mein Boot oder? Hier mit dir muss ich mal reden Kein Thema Freund Ich wollte nur meinen Freunden helfen Wir haben dich nicht verdient Wirklich Meine Leute sind so mit sich selbst beschäftigt Die haben bestimmt nicht mitbekommen Dass du uns gerettet hast Was ich dir auch gebe Oder für dich tue Es reicht nicht Aber nimm das Und danke Was? Rettungstaucheranzug Unter Der Träger erhält die Fähigkeit Unter Wasser zu atmen So wie Schutz vor Strahlung Juhu Nice Wechsel der Gezeiten Abgeschlossen Okay jetzt müsste ich eigentlich Zu meinem Boot gehen Das ist doch mein Boot oder? Okay die Mission will ich aber Nicht mehr machen Die große Jagd Okay Wir haben wirklich nur noch Das eine hier Die große Jagd Ansonsten wäre aber ganz gut durch hier Machen wir die große Jagd noch Machen wir die große Jagd noch Ich würde sagen Ja wir machen die große Jagd noch Ich habe von deiner Expedition gehört Wir brauchen dich Bitte Komm zurück Ich dachte du glaubst es nicht Captain Der Festlandbewohner schon Und gemeinsam Werden wir dem ein Ende setzen Festlandbewohner Wenn es den Roten Tod gibt Dürfen wir nicht euch beide verlieren Den machen wir platt Ich habe schon so viel erlebt Da macht mir der Rote Tod Keine Angst Sag nicht Ich hätte dich nicht geweint Der stimmt sogar auch Wo ist eigentlich die Seefahrerin? Und jetzt? Bin ich auf meinem Boot Das ist doch mein Boot oder? Zur Insel des Roten Tods reisen Puh Jetzt geht's ab Munitionstechnisch sind wir ja gut ausgerüstet Ich lade mal schon alles nach Verstanden Festlandbewohner Ich habe einen sicheren Kurs festgelegt Also halt dich dran Die Sandbänke in der Nähe des Ziels Bringen Boote dieser Größe schnell zum Kentern Ich hole dich schon ein Raketen auch nachgeladen Raketen haben wir ja genug Munitionstechnisch sind wir gut da Das heißt wir werden den Roten Tod schon runterkriegen Stimpaks, Powerrest und alles bestens Bin ich jetzt auf der Karte Ach da hinten Die Insel des Roten Todes Und zwei Wochen später Kam ein Fischerboot nicht mehr zurück Vom Strand aus Haben sie das Leuchten am Horizont gesehen Schon mein ganzes Leben lang Will ich die Herrschaft des Roten Todes beenden Fracks Überall um ihn herum Ja das stimmt sogar Schaut Ein Frack Da ein Frack Noch ein Frack Da ist das Boot Wir treffen uns dort Mach dich bereit Ich komm noch nicht raus Hab schnell meinen PC abgeschalten Ich komm noch nicht raus Jetzt komm ich raus Was ist der Rote Tod Echt jetzt Das kann nicht sein Das Das ist der Rote Tod Du hast wohl dein Ziel erreicht Da ist er Ich hatte immer Albträume über Einen kleinen Meierlark Ach Was sagen wir den Leuten zu Hause Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen Werden sie uns alle auslachen Machen Machen draus den Stoff für Legenden Vielleicht schmücken wir es ein bisschen aus Machen daraus den Stoff für Legenden Das gefällt mir zwar nicht Ist aber Immer noch besser als die Alternative Gehen wir Hier Das ist für dich Zum Feiern Ich hätte nicht erwartet Aber warum leuchtet der Rot Roter Tod Da ist noch mehr Hier ist doch noch mehr Hier muss noch was sein Ich denke nicht Dass der kleine Meierlark Die Boote runtergerissen hat Schau mal her Hier ist halt einfach auch nichts Das war echt nur der kleine Meierlark Oder die Sandbänke Nach Fahrhyper Sie bleibt stehen Irgendwie den Verdacht Dass Dass es da irgendwas mehr auf sich hat Weil Warum hat der Meierlark Rot leuchtende Augen War so eine andere Frage In den Raum geworfen Ha Ich habe jetzt irgendwie Einen epischen Kampf erwartet Irgendwie Eine rote Meierlark Königin Oder Was weiß ich Irgend so was In dem Dreh Aber doch nicht so was Cool Gute Nacht Wir machen auch nicht mehr lange Eigentlich schon cool Das ist so automatisch Egal Hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet Hatte ich jetzt irgendwie echt nicht erwartet Hatte jetzt echt mehr erwartet Einiges mehr Ja Das hätte funktioniert Das Meer gehört wieder uns Wir können wieder in Ruhe fischen Sag Wir haben es unbeschadet überstanden Gott sei Dank Ich dachte Ich dachte du würdest in den sicheren Tod fahren Auf die Helden Wie du willst Keras Heldheim Waffen Munition und Souvenirs Nur solange der Vorrat reicht Nahrung Stimpaks Alles auf Lager Und nun Abgeschlossen Die große Jagd Wart's irgendwie traurig Wenn die blinden Passagiere es immer weiter treiben Bin ich irgendwann weg Und was machen sie dann? Du hast ja schon alles gemacht Das ist ja Und Hier sagen wir nun Wir speichern Neuer Speicherstand Und verabschieden Und das machen wir Schluss für heute